So, der Server läuft. Sehr gut, join am alt. Okay. Hier steht, you can protect an area from zombie spawns by placing a safe zone radiator. Weißt du, was ich gelesen habe? Ne. Safari zone radiator. Cool. Jawohl, die Safari zone, meine Damen und Herren. Wer kennt sie nicht? Pokémon strikes back. Das war schon geil, damals. Und ist es immer noch? Safari zone? Ja, ist es immer noch, stimmt. So, ah, da steht er ja schon, guck mal. Nebeneinander gespawnt sogar, hör auf ey, heute passiert die Sache. Ja, weil wir ja nebeneinander ausgemacht haben, letztes Mal. Achso. Wow. Das ist dann schon sinnvoll. Das ist schon, schon okay. Hier ist ein Military Knife, Junge. Ich hab ne Axt. Du hast ne Axt, okay, das ist natürlich geiler. Da ist ein Laster. Wollen wir mal gucken, ob der Räder hat? Ja, aber der kommt nicht hier raus. Ja, aber wir können damit Leute umfahren. Aber der hat keine Räder. Guck mal, der schwebt hier vorne schon in der Luft, dann hat der wahrscheinlich hin. Doch, hat der. Der hat komplett Räder. Wir können in die Kanalisation, oder? Ja, stimmt. Darüber kommen wir raus, ne? Aber ich hab nur einen Pfeil. Ich auch, aber ne Axt. Ja, und ich hab so nen Schweizer Taschenlaser hier. Schönes Dingen. Zwirbel ihm den Hinterkopf. Metall. Lalalala. Metall. Lalalala. Metall. Lalalala. Metall. Lalalala. Ich hab übrigens keine Hosen. Das ist zu unangenehm an den Klötzen. Bisschen. Der Polizeiautor hat auch noch alle vier Räder. Äh, hallo, ich möchte bitte diesen Helm auf. Ne, doch. Ne, den. So. Jetzt hab ich auch nen Helm auf. Zack. Boah, spiel mal Minecraft. Ne, man, jetzt spiel ich am Turn. Oh nein, ein Splitter. Der hat gegen die Wand gerotzt. Vorsicht, da kommt ein Trawler. Oh, daneben. Der, der Trawler kann dich gut machen. Alles klar. Jetzt ist alles gut. Alles wieder gut. Ich halte mich mal kurz. Ach, schön. Der hat ne Knarre fallen lassen. Und der sagt Falcon. Guck mal, er. Brauchst du den Pfeil noch? Ja. Fuck. Guck mal, er da am Zaun. Ja, wollen wir ihn mal hochjagen? Ey, der macht gar nix. Ne, der hängt ja auch da fest. Oh, fuck. Heilung. Ja, gut. Der macht ja gar nix. Boom. Das war ein Qualitäts- Gameplay hier. Hammer. Ja, vollkommen ungefährlich. Sollte man eigentlich immer so machen. Hey, was ist das da unten? Handschellen. Also ein Schlüssel für Handschellen. Und ich hab hier Handschellen. Wir können jemand einknasten. Ja, die Frage ist wofür. Oh. Ich nehm die jetzt mit. Ich bin jetzt Police Officer. Zack. Officer Sexy, bist du? Ja. Okay. Oh, schade. Ich kann dich gar nicht knasten. Das macht voll Sinn, die Digga mitzunehmen. Ach, du musst, glaub ich, dafür aufgeben. Du musst die Hände hochmachen. Dann kann ich... Ja, warte, mach ich sofort. Ich munitionier mich mal kurz auf. Zack, zack. Ja, bad boys, bad boys. So, warte, surrender, ne? Bad boys erst mal surrender. Kann gar nicht surrendern. Ja, weil du ne Knarre in der Hand hast. Oh. Ich geh aber niemals auf. Zack. Haar für Außenansicht, ich bin geknastet. Ja. Nice. Da ist was zum Zerreißen. Ich brauche live, unbedingt. Kannst du das jetzt überhaupt? Ne, ich kann nix aufnehmen. Mach mich los. Krass. Das wäre natürlich richtig assig, hättest du jetzt die Schlüssel nicht. Doch, ja. Das wäre echt mies. Aber ich habe hier den Schlüssel. Zack. Kriege ich dann die Handcuffs wieder? Jawohl, nice. Oh, guck mal. Mein Messer ist digitiert. Oh Gott. Was? Was war das denn her? Das lag da. In der Zelle. Weißt du, in der Gefängniszelle findest du eben so Katana. Auch nicht schlecht. Ist ja häufig so. Naja, das... Ja, klar. ...das war eben so riesige Waffen rumliegen. Das sowieso. So, erstmal ein bisschen wieder hier. Ja, 35. Gehe ich jetzt auf 40 hoch. Sieht doch dann schon mal viel besser aus. So. Ich würde auch sagen, wir machen uns langsam. Also meine... Mein Life macht sich nicht so gut, aber... Mein Wasser auch nicht. Und mein Essen auch nicht. Aber ansonsten läuft. Wir dürfen nur nicht getetet werden. Gehe von hinten. Ja, aber da hinten steht noch einer, ne? Ja, der kriegt das auch nicht mit. Ja, sagst du. Rechtskrieg. Jawohl. Krieg ich das aber nicht mit, sagst du. Ach, zack. Geht da auch nicht. Kann nämlich nix. Oh, hier ist ein Desert Falcon Magazin. Hier liegt ein Avenger. Einfach so rum. Ends in Coalition Bottom. Nice. Oh, Gott, ey. Ey, ich hab ne Hose. Boah, ich bin jetzt voll auf Koalition hier. Brauchst du ne Hose? Ich hab ne Koalitionshose gerade aufgesammelt. Die ist eigentlich ganz nice. Ich hab auch eine. 88%. Oh, weißt du, was das Sprügel ist, wenn du viel trinkst? Du musst viel auf die Toilette. Genau. Verteilig mich mal kurz. Ich komme sofort wieder. Was? Ich weiß nicht mal, wo du stehst. Verrückter Typ. Erstmal Pfeil nachladen hier. So, zack. So. Um Suit Top. Yeah. Avenger. Da passt wahrscheinlich nicht so viel rein, ne? Wie in so ein Koalition. Ach, na, da passt ja gar nix rein. Ist ja traurig. Zack. Bin fort. Erstmal noch ein paar Bandagen craften. Zack, dich auf die drei. Äh. Ah, warte mal. Kann ich das Munitionspack voll machen? Nee, leider nicht. Schade. Was ist denn in so einer Avenger drin? Chambered in Avenger Ammunition. Kann ich Avenger? Ja, kann ich. Nice. Dann wird der Bogen erstmal zur Seite gelegt. Das ist jetzt die Avenger, meine Hauptwaffe. Warte, ich höre dich noch nicht. So. Hallo. Hi. Hast du was cooles gefunden in der Zwischenzeit? Ja, ich habe die Avenger da geschafft auch zu munitionieren. Und ich habe ein Magazin für dich. Hier, schau dir das mal an. Sehen wir den Ammo? Hm. Nee, Desert Falcon. Ja, du hast du die Desert Falcon aufgesammelt, oder? Nee, Cobra. Ach so, Arsch. Ich dachte, du hättest die Desert Falcon genommen, die da gerade war. Boah, die ist lila. Wo lag die? Äh, das lag da hinten im Schrank. Äh, hinter dir? Nee, eins zählt weiter. Hier in dem Zelt nicht, ne? Nee. Eins rechts daneben, meinst du, ne? Ja. Nee, links daneben. Egal. Ach, hinter dem Zaun. Da ist ja jetzt nichts mehr. Nee, vor dem Zaun noch. Äh, das machen wir mal weg. Ja, warum? Die Waffe, die hätte ich gerne. Hä, die Waffe, die lag da hinterher nicht mehr. Ich hab nur das Magazin da gefunden. Ach, du hast gesagt, die lag da noch. Ja, aber irgendwer hat die aufgesammelt, dann war die weg. Hier ist nur Hawker und liegt jetzt hier. Ja, warte, aber die Waffe lag da noch rum. In dem Zelt da, ne? Nee, die Waffe lag da nicht, da lag die Munition. Ich dachte, du fragst mich, wo die Munition lag. Nee, die Waffe dazu. Weil die selten, weil die, oder selten oder legendär ist, oder je nachdem, was das sein soll. Ja, die war doch hier irgendwo. War die bei der Polizei? Nee, wo waren wir denn vor der Polizei? Feuerwehr. Feuerwehr? Ja, dann lag die da bestimmt. Hier, liegt doch da. Hier. Da. Ich komme. Ich bringe sie dir einfach mit. Oh, scheiße. Robin, weißt du was? Wir brauchen da, um so was zu essen und zu trinken. Hier, pass auf. Desert Falcon, zack. Ist ein bisschen angekratzt, aber... Robin. Erstens habe ich dann Skin für. Das ist bei mir so richtig schön golden. Ich für meine Avenger auch. Guck. Und zweitens... Ich gebe dir jetzt die Geeklicks. Nee, die Falcon-Klicks. Ach ja, stimmt. Scheiße. Oh, ich mache mir jetzt als erstes mal einen Schlafsack. Boah, das kannst du schon machen. Ich hoffe. Oder was war das nochmal? Gute Frage. Home-Dinger, ne? Ne, no Blueprints available. Ne, das war bei Barricades, glaube ich. Ne, auch nicht. Search. Ähm. Bad Brawl. Ah, acht von neun. Fast. Ich kann mir fast eine Bad Brawl craften. Search. Hä, wo kannst du denn bei Search was hinschreiben? Oh, fuck. Hier ist ein Crawler. Und worunter war das jetzt mit der scheiß Bad Brawl? Weiß ich nicht. Ich habe es per Search gemacht. Ich habe es gefunden. Ist unter, äh... Skills. Weißt du, was ich jetzt erst mal skille? Furniture ist das. Furniture skille ich nicht, ne. Ne, aber darunter. Ich skille weglaufen. Hier, äh... Ich skille jetzt erstmal Kleidung. Exercise. So. Ich skille auf Flucht. Hier sind Eier drin. Können nix. Hier hinten ist voll das Gym. Hier liegt ne Avenger. Willst du das Magazin da raus? Ja, bitte. Auf jeden Fall. Oh, ne Wasserflasche. Was braucht deine für Munition? Ja, Avenger Munition halt, ne. Ja, aber was ist das für ne Klasse? Weil ich hab hier Military Dingens aufgehoben. Military, ja. Ich hab hier so ein Munitionspaket. Das kann ich dir dann geben. Krass, geil. Boah, es läuft so langsam. Ja. Aber das mit dem Essen ist immer noch unser altbekanntes Problem. Ja, aber ich kann dir hier zum Beispiel ne Kartoffel anbieten. Ja, ich hab trinken noch 10% und essen noch 19. Ja, ich hab noch 24% trinken. Dann nimm du erstmal die Wasserflasche. Warte, ich könnt mich natürlich auch umbringen. Ich hab jetzt so Bad Roll. Ich könnt mich killen. Nee, komm, lass mal hier versuchen, vernünftig zu spielen, wenigstens. Okay, pass auf, dann dropp ich dir hier erstmal das Munitionspaket. Ja. Das sind nur 33%. Und die, hattest du nicht auch ein Magazin gefunden? Das ist die, die Waffe liegt hier. Ach da. Ja, cool. Oh, pass auf, das ist ein Splitter. So, die nehm ich auch auseinander, die Avenger. Dann hab ich Scrap. Dann kann ich vielleicht meine Avenger etwas reparieren. Nee, kann ich nicht. Brauch ich ne Blowtorch für Scheiße. Aber ich kann meine Munitionsbehälter auffüllen. Das Problem ist, hier drin gibt's wirklich keine Supermärkte, ne? Ich glaub nicht. Scheiße. Aber wo planten wir denn jetzt unsere Bad Roll? Also, ich würd' jetzt hier, da oben, weißt du? Da. Auf dem Gebäude. Okay. Auf dem ganz hohen Bürogebäude, oder was? Ach so, nee, ich hätt' jetzt hier auf der Mauer gesagt, da wo das Tor ist. Ach so, ja gut, lass das machen. Leider muss man so eine Leiter hoch und so. Ja. Da oben ist aber einer gespawnt, also lass mal nicht rechts, lass mal links. Naja, hatt' ich vor. Alles gut. Oh, da oben ist einer drin. Aber der kommt hier nicht raus, höchstwahrscheinlich. Doch, da ist ne Rampe. Kommt her. Na, mach ich den mal kurz. Ich kann ja immer noch keine Bad Roll craften, leider. Vorsicht, der kommt. Oh, ne, der kommt da nicht drüber. Doch, der kommt da drüber. Er hat nur keine Lust gehabt. So, Bad Roll. Hast du vielleicht noch Stoff für mich über? Wie viel brauchst du? Eins. Genau eins. Oh, danke schön. Oh, guck mal, wenn du jetzt auf einen Klopf rechtsklick machst, verleiht er dir schon automatisch zu Craft-A-Rack. Finde ich cool. Hä, wie machst du das denn? Wo geht das? Im Inventar. Pass auf, du gehst im Inventar auf so einen Klopf, drückst rechtsklick, dann steht da wer Drop oder Craft-Rack. Ja, Craft... Ach so. Ach so. Nice. Voll cool. So, ich hab das jetzt hengelicht und geclaimed. Ja, ich glaub, ich leg meins hier ein bisschen näher an die Wand. Ja, das hat bei mir nicht anders hingepasst, deswegen. So, ich hab auch geclaimed. Warte, ich kann, ich baue meins nochmal ab, dann stehe ich das neben deins. Ja. So, schön hier. Betten zusammenschieben. Ja. Nice. Und Clay. So, also langsam wird echt eng. Wir haben echte Nahrungsprobleme gerade. Ja. Ja, wir müssten irgendwie hier raus und müssten uns einen Bauernhof suchen, weil ich hab schon relativ hoch auf Agriculture geskillt. Das heißt, ich könnte uns eigentlich was anbauen, dass wir eine ordentliche Nahrungsquelle haben, weißt du? Also, ich bin echt in Versuchung zu sagen, wir killen uns einfach einmal. Ne, wenn wir sterben, dann sterben wir, aber ich würde mich nicht selber killen. Ich will schon versuchen, klar zu kommen. Ja, das Problem ist, dann könnte ich mich jetzt halt für die letzten 8% einfach auf mein Bett stellen, weißt du? Ja, ich bin gleich tot. Oh, da kommt einer. Schönes Ding. Ach, haben wir Doppelkill gemacht? Oder was? Nice, Timo. Ja, ich weiß nicht, wer es gekriegt hat, aber... Du. Oh, da ist einer. Weißt du, wo wir richtig Glück mit haben? Dass wir jetzt wieder keine rote Augennacht haben. Wieder kein Vollmond. Stimmt. Da hätten wir ein ganz schönes Problem jetzt gehabt. Ja, hätten recht. Aber wir haben einen Halbmond schon. Ist nicht mehr lange. Oh, scheiße, da ist der Spucker. Lass mal nicht in den reinlaufen. Ich wollte jetzt hier mal gerade diese... Construction Site durchsuchen. Die eine Blowtorch haben. Oh, warte, ich sterbe sofort. Ich gehe kurz auf mein Bett. Hä, was brauchst du? Essen? Wasser? Essen. Ja, komm her. Du hast doch nichts mehr. Ich habe dir doch gerade eine Kartoffel angeboten. Die wolltest du nicht. Ja, die abgelaufene Kartoffel, die kann ich nicht mehr essen. Mein Poison ist auch schon voll nügerig. Ne, die ist 100%... Äh, ich habe die nicht mehr. Du hast eine Kartoffel gerade gegessen. Ups. So, ja, weil du die nicht wolltest. Ich habe das noch. Hilft das? Ne, das ist zu wenig. Na gut, ich gehe jetzt drauf. Moment, warte mal kurz. Ja, gut. Kann man nichts machen.